Ja, es geht so. Bitte. Jetzt haben Sie mir das mal an. Komm, jetzt hast du den Blut auch schon 100 Sekunden, und dann sagte sie, es könnte sich gut aus. Ich bemühe mich auch. Danke. Hallo, äh... Bist du gut? Ich bin der Dr. David Eusslund und ich bin auf dem Stuttgart. Ich habe ein paar Autos mit meinem Leutern. Ich habe meine Leutern. Ich bin der Leutern. Ich bin der Leutern. Daher bin ich auf dem Stuttgart. Ich bin der Leutern. Er ist ein Leutern. Ja, das ist ein Problem, oder? Ja, aber wenn ich... Ich bin in Dusseldorf, das ist der Grund, warum ich hier bin. Ich habe in Dusseldorf, zwei Medikaments für Nose, Adelung, und das, ich habe nur zwei Medikaments die mir in Dusseldorf gegeben und ich habe in Dusseldorf, also in Stokkart. Ja, ich habe alle Vietos und die Nummer. Oh, okay. So, das ist mir vor. Ja. Ja. Und was Sie brauchen? Die Medikaments. Ich werde es Bilder für Sie. Vielen Dank. 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 Good. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.